Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Eigentlich ganz kurz und knapp erzählt, der Valkyrie Vorstellungstrailer ist da. Den zeige ich euch jetzt ohne jegliche Einleitung weiter, beziehungsweise irgendwelche Analysen. Viel Spaß dabei, mehr gibt es nicht zu erzählen. Viel Spaß, Daumen da lassen, Abo da lassen, das war es von mir. Haut rein, adieu und viel Spaß bei meinem Livestream, wenn ihr das jetzt ganz schnell noch sehen solltet. Kein Legende hat eine stärkere Tiefe mit dem Legasie der Frontier, als Kairi Imahara. Valkyrie. Valkyrie auf der Station, bereit für alles. Alles, alles. Daugter der Notorious Apex Predator, Viper, Valkyrie ist bereit, zu kreieren seine eigene Weg und zu machen, die Geschichte zu erinnern, ihre Name. No one gibt eine Krabbe, wer ist besser. All die care about ist, wer ist der Beste. Using her custom jetpack, Valkyrie takes the fight to new heights. Whoever said the sky's the limit, never left the ground. With Shades of Northstar's Hellfire, Valkyrie can target an area and unleash a swarm of mini-rockets. Too aggressive? Oh, I keep forgetting I'm supposed to be timid and shy. My bad. If her team is pinned down, or feeling aggressive, Valkyrie can kick her jets into high gear. Who's ready to pull some G's? And rocket her entire squad into the sky above, allowing her team to make a quick escape, or redeploy to get the drop on their enemies. I make a great main man. So be sure to keep your eyes on the sky. There's nowhere to hide once Valkyrie's got you in her sights. These wings aren't just to get around. They're a legacy. They're a legacy.